willkommen zu einer runde let's play cc am start und ja leute kein motto kein gar nichts ja ich bin aus meinem clan rausgegangen weil ich da ich einen angriff in einem erdbeben oder erdweben was auch immer mit seinem zauber gesucht habe mit mir vorstellen können im video ich habe die stelle nichts mehr gefunden hat er vielleicht irgendwie keiner den erdbeben oder wie auch immer zauber naja ich tue mal klar mit so ich kann ja mal klar mit so einem champion aussuchen ich weiß ich habe echt nicht vor heute machen können wenn welcher leute verarschen ich weiß es nicht die zocker aber gute leute drin ist ja jemand online vielleicht können keine jahrung ich bitte nicht mobben wer und erst mal nachfragen natürlich ist jemand da eigentlich nein wir schreiben jetzt nicht ganz im global irgendeine scheiße wir haben einen kleinen krieg zu ende niederlage ach so abruf klären wir unseren klären auch verloren vielleicht gibt mir einen angriff auf dem zauber jetzt kommen wir mal rein schauen leute die können so ein heißer angefangen sind bei diesem netten clan und der gegner hat hier richtig rasiert bei denen wenn man den zauber hat sieht man nicht so alle noch nicht warum macht ihnen keiner ich verstehe das nicht es lohnt sich doch den zu machen also wenn man das ich verstehe nicht der müsste doch eigentlich wenn man die tauschen folge als update rauskam gebaut hat und danach und als ich fertig war direkt den nächsten zauber hoch gemacht hat müsste man doch rein theoretisch jetzt das fucking haben diesen fucking zauber aber nein sie haben nicht so war keine art denn keiner hat denn obwohl wir schauen uns einmal die erholung an und wir werden dieser leute die nummer acht greift die nummer eins an ach so das ist langweilig mit drachen ist nicht so spannend unbedingt ich will so ein angriff mit oder michael was ist das denn für eine taktik lol ich glaube die taktik höchste brit oder es ist eine ganz andere wovon ich rede so ersetzt die ganzen was das bitte für ein noob da kommen noch klantruppen drin oh mein gott oh mein gott das könnte videotitel werden schlechteste angefaller zeiten oh mein gott klanburg kommt raus ich habe das wird der videotitel schlechtes angefaller zeiten oh mein gott der behinderte sind einfach magier 6 drin und alle schweine ist sehr dumm der junge oh mein gott der behindert was macht der lavahund das war auch der lavahund ich würde sagen das ist keine taktik vor allem wenn man den heiler mit dem heiler die schweine heilt ich glaube ich auch nicht schlau oh mein gott ist das sein fucking ernst oh mein gott wir können wir treuen welchen global sondern global kurzmals zu auslassen bringen wir machen wir zu auslassen ich bin zehn jahre ja wo ziemlich eine kleine lage wo sie eine kleine lage so wir kommen aber hier eine kleine sache produzieren 9 bald sehen der ist euch im ernst 9 oh mein gott ich dachte ich erzähle mir kommt recht so mein gott kleines kind jetzt kommt ihr doch immer mit 9 bald sehen cool oh mein gott gespräch werde ausgelöst bin jena oh mein gott wie schlecht ist das wetten es rasten gleich aus so wer ist die aufnahme das ging ja ich weiß nicht was ich in der aufnahme mache ich schreibe einfach irgendeine scheiße so danke ja jeder der kommen kommt das alles scheiße bayern stars beitreten ja bin ich vor allem nice ist denn jemand on wer on weil die haben nice leute im klaren ich habe mir einen klaren rief am laufenden werden wir uns reinziehen ok scheiße drauf leute scheiß drauf so sein hier und sprung zwar angegriffen da ich meine trollwäsche und mein gott hat diese trollwäsche drin ja da wollte ich ein bisschen trollen aber ist von die hose gegangen wortwörtlich ja gut er hat nicht reingesetzt sich das ist natürlich logisch die schlauen leute machen das nicht naja aber schauen mal eine sprungzauber leute sprungzauber eingesetzt das nicht aber spannend das ist spannend oh mein gott warum leckt das sind die alle in die riesenbomben fette angriff was voll knapp da hat er knapp die 50 prozent gold der die easy easy zwei sterne ok 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 meine beste scheiße was ist hier los warum steht die ganze 1 hallo 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 ja hier komme ja aber wir können nicht einladen weil wir noch solche loops im klaren beginnt youtube zu ich habe keinen bock mehr wir gehen jetzt in youtube zurück lesezeichen können wir einen anderen gehen hier wo können wir reingehen nur auf einladen fläche angenommen was können wir machen was können wir machen man ich habe noch so andere klaren gespeichert hier müsste ich auch bald mal wieder reingehen sind wir angenommen ne wir werden nicht angenommen ja dann ja dann geht das doch nicht wir können mal schauen was wir machen können leute wird aber was immer angriff in der folge sonst können wir ja gar nichts mehr machen so ich bin zeit bis an pokale hochgehen aber es ist es ist einfach so ich krieg sich auf die reihe weil ich meine scheiße mache dann denke ich mir so jetzt zockst du mache ich lange jetzt mache ich nach oben und dann irgendwann so wieder kein bock mehr und dann verliere ich wieder alles naja naja kein kommentar also ein zeich pokal nehmen wenn ich mit morgens der live stream von clash of clans oder gta 5 also noch eine kleine info das video wenn ihr es wie noch guckt vorher umfassend ist wenn wir geht ja fünf zocken leute dann zock ich mit euch zusammen also wenn beim live wenn ihr abstimmt wenn wir der umfrage da abstimmt beim abo special ich habe bock auf einen ich habe ich meine wenn er abgestimmt wenn ihr abstimmt zock geht ja fünf dann werde ich mir vielleicht ein paar leute die community suchen die mit mir zusammen zocken können wir mal schauen könnt ihr euch mit mir befreunden und so bei gta 5 dann können wir zusammen gta 5 zocken naja ich weiß gar nicht was ich suche ich suche ich pokale als pokale obwohl ich auch nur suche ich weiß es nicht kann ich mir mal selber sagen was ich in der folge getan hat statt rumzuladen ich habe die ganze zeit vor überlegt was kann ich der folge machen dann war es auch schon zu knapp weil ich schlaumeier wieder zu knapp überlegt habe ich eigentlich schon viel früher überlegen müssen naja und dann habe ich noch versuchten erdbeben zauber angriff zu finden erdbeben mann mann hat aber alles nicht so geklappt wie geplant deswegen nehme ich jetzt ganz geschützt eine runde coc auf hier so folge ist auch gleich vorbei werden nicht kaum was gemacht ich weiß nicht warum ich nicht angreifen möchte da ich immer online gehen werde bei coc kann ich meine bar strom auch kurz verschwenden ich werde das rad aus mitnehmen einfach mit ganz ganz vielen truppen mit hauptsächlich mit schnell geht so sagt 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 einfach alles und fleck halb schnell hinsetzen zack hat es kaputt hönig setzen zünden aufgeben lustig junge so sechs pokale heute war unser angriff in der folge den ja alle unbedingt wollte aha so ordentlich angenommen den klaren ist sind wir klaren los und können eigentlich wieder in youtube 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 wo ist er denn annehmen annehmen oder ich schieße ich bin ja richtig lustig man alter was war das denn jetzt hier so absenden das war jetzt eigentlich eine der unnötigsten vielleicht eine stöpfchen cov folge dann coc folge nenne ich glaube ich die unnötigste folge er wir haben kaum was gemacht vielleicht ganz lustig unterhaltsam wenn ich nur ein bisschen ein kleines bisschen unterhalter fandet ein kleines bisschen humor obwohl ich habe nichts lustiges gesagt wenn ihr ein kleines unterhalter fandet dann drückt doch den daumen nach oben ich würde sagen wir jetzt dann morgen wieder beim live ich hoffe dass ihr alle einschaltet liebe freunde jetzt kommen jetzt nicht mehr so klaren zurück hallo naja dann würde ich sagen bis morgen macht gut